Vom Vorteil des persönlichen Tabus. Nicht alles teilen. Als Menschen haben wir ja geradezu immer wieder das Bedürfnis, Dinge mitzuteilen, Dinge zu teilen, Dinge zu zeigen. Ich erinnere mich an eine Episode, die ich mit meiner Frau hatte, da haben wir Bekannte besucht am Bodensee. Und bei den Bekannten war es so, dass meine Frau dann für eine Zeit im Zimmer war mit der Bekannten, mit der einen Bekannten. Und die hat ihr dann gleich alles gezeigt, was so zeitbar war an ihr. Also ihre Brüste entblößt, ihr tolles Lackteil gezeigt, den letzten Stand, ihre intimen Beziehungen zu ihrem Freund mitgeteilt und so weiter. Also Menschen, die natürlich das auch anziehen. Es muss ja ein Mensch sein, der das anzieht. Und der eben alles Mögliche mitgeteilt bekommt. Wo du dich dann oft fragst, wieso bekommt die denn das mitgeteilt und warum ist das so schnell? Und vor allem, warum haben Menschen immer wieder das Bedürfnis, das zu tun? Sich vollkommen buchstäblich auszuziehen, mitzuteilen, zu offenbaren. Leben die in so einer Not? Leben die in einer so persönlichen Not, dass sie immer wieder jemand Außenstehenden brauchen, um ihm das in dem Fall Intimste oder sehr Intimes mitzuteilen und zu offenbaren und zu zeigen und dafür dann ein Lob erwarten oder in dem Sinne ein Lob erwarten zu sagen, naja, das ist aber schön und das ist ja toll und das finde ich gut und guck mal, ich habe das vielleicht auch. Das heißt, wir leben ja in einer Zeit, die eventuell, und das ist hier die These oder die Hypothese, immer tabulloser wird. Tabulloser auch deswegen, weil ich natürlich im Internet oder in sozialen Netzwerken mich anonym jederzeit mitteilen kann. Unter Preisgabe einer zweiten, dritten, vierten, fünften unendlichen Identität. Das ist ja das Interessante am Internet. Und daraus generiert sich auch das gesamte Internet oder eben doch ein ganz großer Teil sozialer Netzwerke. Ich möchte jetzt hier nicht diskutieren, was der Vor- und Nachteile es hat, wenn man eine persönliche Identität im Internet mitnehmen würde, was ja auch ein Anlass ist für Verhandlungen und Kriminalität und all diese Geschichten. Aber es ist eine Tatsache, dass ich im Internet alles Mögliche mitteilen kann. Also eigentlich ist das Internet damit die Fantasie, die Überbordung dessen, was wir so an Gedanken, an Möglichkeiten als Menschen haben, um den eigenen Ausdruck weltweit tatsächlich mitzuteilen. Das ist interessant oder doch zumindest in einem bestimmten Sprachraum, denn ich muss ja auch verstanden werden. Und hier sage ich jetzt eben, welchen Vorteil hat das persönliche Tabu? Ich sage also ganz klar dazu, es ist ein persönliches Tabu. Und ein Tabu ist, du hast eine besondere Grenze von dem, was du sagst, was du mitteilst, was du zeigst, was du weißt und überhaupt auch, wie du bist in deiner Identität, in deiner Art, in deiner Persönlichkeit. Das heißt, bestimmte Teile deiner Persönlichkeit, die teilst du mit, die erzählst du, aber andere Teile deiner Persönlichkeit sind für andere Menschen und allemal für das Internet oder soziale Netzwerke oder mediale Aktivität Tabu. Ich lasse mich also von den Journalisten nicht ausfragen nach dem und dem, was ja Anlass des Journalismus ist oder oft einseitiger Anlass eines Boulevardjournalismus ist, meinetwegen, und den treffen wir tagtäglich an, immer wieder in der Medienwelt. Aber es geht ja nicht nur um Journalisten, sondern es geht darum, wen teile ich was mit. Und da gibt es immer wieder Menschen, die sind vollkommen wild unterwegs, in dem sie plötzlich alles Mögliche sagen und erzählen. Die haben also geradezu das Bedürfnis, weil sie sich so alleine fühlen, weil sie einsam sind, weil sie mit sich selber nicht klarkommen, weil sie hoffen, sie finden da endlich jemanden, der Anteil an ihnen nimmt, wegen ihres schwachen Ichs, das sie natürlich nicht wissen oder dessen sie sich nicht bewusst sind, und teilen dann alles Mögliche. Natürlich mit dem Effekt, dass sie, wenn sie sich immer wieder auf die Art und Weise öffnen, eben auch angreifbar sind. Das heißt, andere, die das wissen, können es wiederum anderen Menschen mitteilen. Oder man kann es vermerken oder man kann es bei der Polizei anzeigen oder beim Ayatollah oder irgendwo anders, egal bei wem. Also ich kann alles Mögliche daraus machen. Und die heutige Zeit besteht sehr aus diesen fragmentarischen Stücken von persönlichen Bezügen, Aussagen, Historien, die man dann einfach zerpflückt und wieder in einen anderen Zusammenhang quasi der Beliebigkeit stellt und dann daraus etwas macht in Bezug auf die Person, die das angeblich gesagt hat oder getan hat. Und dann ist es natürlich oft auch eine Sache der Gerichte in den Acht zu weisen, stimmt das oder stimmt das nicht, wie sind die Beweislasten und so weiter. Also sich vollkommen öffnen macht immer angreifbar. Weil wie gesagt, derjenige, diejenige, die das weiß, etwas von dir weiß, was sie vielleicht nicht wissen sollte und was vielleicht nicht gut ist, weil sie das auch gar nicht vollkommen verstehen konnte oder verstanden hat. Denn es war ja nur eine Teiloffenbarung aus deiner großen, großen Persönlichkeit, die eventuell so vielseitig ist, dass ein anderer Mensch gar nicht ausreicht, um das überhaupt zu ermessen und damit eben umzugehen und sorgsam umzugehen und das eben zu verantworten. Diese fragmentarischen Mitteilungen, die wir immer wieder oder die Menschen immer wieder von sich machen, sind nicht das, was du natürlich wirklich bist. Ich sagte das gerade, in Wirklichkeit bist du alles Mögliche. In Wirklichkeit bist du tatsächlich sehr vielseitig und ein Mensch ist sehr vielschichtig. Und ich kann ihn niemals festlegen auf bestimmte Eigenschaften und bestimmte Bewertungen, die wer auch immer sie getroffen hat, bewertet hat. Es ist egal, ob das ein sogenannter Experte, Expertin ist, ob es ein Psychiater ist, ob es ein Onkel Doktor ist, ob es sonstige Menschen sind. Du bist nicht, niemals von keinem und auch von dir selbst nicht festlegbar in deinem großen Potenzial als Menschen. Ich würde fast sagen, in diesem unendlichen Potenzial, das einen Mensch ausmacht. Insofern ist das Tabu und der Vorteil des persönlichen Tabus etwas ganz Wesentliches. Das ist wie ein Schreien, das ist wie ein Schreien, also in dem Sinne von Aufbewahrung, also ein Kasten, ein besonderes Kästchen, ein Inneres, in dem du etwas aufbewahrst. Es ist tatsächlich ein intimer Teil, ein intimster Teil oder intimste Teile von dir, die eigentlich nur dir zugänglich sind, eventuell etwas anderem zugänglich sind, also etwas Höherem, als es typischerweise Menschen sind. Das ist der Grund, warum wir vielleicht auch an Gott glauben oder an eine höhere Macht glauben oder sagen, dadurch dringt uns noch etwas anderes. Das weiß über uns möglicherweise nicht persönlich, aber doch in irgendeinem umfassenden Sinne mehr Bescheid, eben als wir wissen und als wir eben anderen Menschen Mitteilungen. Also wirklich diese fragmentarischen Mitteilungen, die wir immer wieder machen, diese unvollkommenen Mitteilungen, sind etwas, was wir nicht wirklich sind, sondern wir sind ja viel mehr. Insofern unterscheiden wir auch sehr gerne und sagen, jemand hat eine Störung oder hat eine Krankheit, aber er muss sich mit dieser Krankheit oder dieser Störung als gesamte Persönlichkeit nicht identifizieren. Darum geht es nicht. Zeigst du jedem etwas von dir und warum tust du das? Ich meine, es hat Anlässe und es ist sehr wichtig, dass man aus sich selber herauskommt. Das ist natürlich der Vorteil oder wiederum, das ist das, was für die andere Seite spricht, zu sagen, es gibt immer wieder Momente und Situationen und Zeiten im Leben, wo ich unbedingt mich mitteilen muss und eben auch zeigen muss und auch zeigen darf, wo ein Vertrauensraum herrscht, wo ein Raum des wechselseitigen Respekts herrscht und all das. Aber wann herrschen schon diese Räume und wann kann man diesen Räumen vertrauen? Das ist eine große Herausforderung und eine Frage, die einem mich immer wiederkehrt. Also ein Tabu ist tatsächlich die Grenze deiner Selbstoffenbarungen, deiner Offenbarungen, die du hast. Das ist ja auch die Würde des Menschen, wenn wir diesen Begriff hier hineinnehmen und sagen, die Würde ist mit einem Tabu auch belegt oder teilweise ist ein Tabu in der Würde des Menschen. Das menschliche Leben ist tabuisiert. Ich darf es nicht töten, ich darf es nicht verletzen. Ich darf nicht schlecht Zeugnis ablegen, verleumden und so weiter. Wie viele Menschen gibt es, die andere Menschen verleumden und dies und jenes über sie behaupten, was in Wirklichkeit gar nicht stimmt oder nur eine Teil, Teilchen, Teilstwahrheit ist, die da besteht. Und sie schaden diesen Menschen unheimlich mit ihrem dummen Reden und ihrem dummen Gewäsche und all dem. Und ich muss jetzt nicht davon reden, wie voll die sozialen Netzwerke davon sind. Es wird dich behalten oder auch immer wieder im Leben wichtige Dinge für dich behalten. Achtung, bewegt etwas in deinem Inneren. Weil du musst es mit dir und eventuell mit etwas anderem, aber nicht mit Menschen, ausmachen, klären, bewegen, tatsächlich auch in dem Sinne aushalten, behalten, um es dadurch, Achtung jetzt auch, verändern zu lassen. Es verändert sich dadurch, dass du dir dessen bewusst bist und durch diese vielleicht auch sehr starke Energie, die etwas in dir erzeugt und bedeutet, nehmen wir mal an, du bist verletzt worden oder du bist traumatisiert worden oder irgendetwas. Und mir sind oft diese Begriffe in der heutigen Zeit zu salopp gesagt. Sondern dann ist es doch das, was dich eben auch sehr stark macht und was dich eben dadurch nicht noch weiter angreifbar macht. Wie oft erlebe ich eben, dass Opfer nochmal sich zum Opfer machen und nochmal zum Opfer machen und nochmal zum Opfer machen und eigentlich ein ganzes Leben lang einen Opfergang haben, weil sie diese Dinge einfach schlichtweg nicht verstehen. Und weil sie sich selber nicht zumuten, das eben auch zu einem guten Teil mit sich zu tragen. Letztendlich in der Güte, in dem Verzeihen deiner selbst auch, auch wenn du es nicht gemacht hast. Also nehmen wir mal, du bist wirklich Opfer geworden. Dann ist es etwas, wo du dich dafür dann letztendlich auch selbst lieben musst, um damit klar zu kommen. Das ist natürlich etwas sehr Großes und sehr Wichtiges. Also nochmal, es für dich behalten, was auch immer das ist. Also dein Geheimnis, dein Geheimnis deines Busens, dein Geheimnis deiner Körperlichkeit. Es sind ja oft die harmlosen Sachen auch, die wir dann gerne herzeigen. Und schon sind wir irgendwie bei einem Paparazzi aufgelaufen und der postet die Bilder und WhatsApp und Telegram und wie sie alle heißen, nutzen das für sich. Und du hast tausendmal unterschrieben und geschworen, dass du die Vereinbarungen hältst. Wer liest schon diese widerlichen Vereinbarungen durch in der Hinsicht? Niemand. Einmal auf dem Server, immer auf dem Server und kann ich dann beliebig verarbeiten, Gott weiß wie. Oder hacken oder was. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es für dich behalten bewegt wirklich etwas in deinem Inneren und das verändert dich. Weil du teilst es ja nicht nur dir mit, sondern da passiert ja noch was anderes, was geschieht. Was immer das auch ist und ich möchte es auch gar nicht titulieren, es ist aber eben nicht das Wilde mitteilen an irgendwelchen beliebigen Gemeinschaften oder eben Personen. Um dich dadurch, um es nochmal zu sagen, stärker in deiner Persönlichkeit machen zu können. Es macht dich stärker in deiner Persönlichkeit. Es macht dich nicht härter. Es lässt dich nicht verzweifeln, sondern es lässt dich meistens wachsen. Bitte, es gibt immer Ausnahmen, aber meistens lässt es dich wachsen. Dieses Tabu, das Tabu der Dinge, der Vorteil des persönlichen Tabus, führt dazu, dass du dir stärker aussuchst, dem oder was du etwas erzählst. Und das können eben nur besondere Menschen sein. Menschen, die du in dein Vertrauen nimmst und die auch dieses Vertrauens würdig sind. Die müssen dir selbst würdig sein. Oder eben so professionell sein, dass du ihnen absolut vertrauen kannst. Und das ist zum Beispiel ein Therapeut. Weil das ist dessen Profession. Nicht Profession, Profession. Und eben andere besondere Menschen, die das wichtig ist. Das ist der Grund für wirkliche Freundschaften. Wirkliche Freundschaften. Keine virtuellen Freundschaften, sondern wirkliche, leibhaftige Freundschaften mit allem. Jemand, der ein Freund, eine Freundin, die etwas für sich bewahren kann von dir. Die es in sich aufnimmt. Wir nennen das in tiefen Psychologie Containment. Und etwas bewahrt von dir im tiefsten aufbewahrt. Ein Zeuge, ein Mitwisser dessen, was ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und diesen Menschen kannst du dann vertrauen. Der Wem wäre auch idealerweise, ich habe es auch schon angesprochen, mehr als ein Mensch, was auch immer das ist. Das ist die Öffnung des Menschlichen. Das ist die Befreiung vom Narzissmus. Das ist die Befreiung vom Egoismus oder von dem Ego. Es ist etwas Größeres, das zur Verfügung steht. Ich betone das. Dieses Größere, was auch immer das ist. Und es entzieht sich einer Definition. Und ich werde mich hüten, das zu definieren, weil es keine Definition gibt. Aber es ist tatsächlich etwas, wenn es mal in der Welt war, das sich dann irgendwo mitteilt. Und sei es dann karmisch irgendwo in dem Sinne der Wiedergutmachung und des Ausgleichs. Und deswegen ist die Krankheit der heutigen Zeit das beliebige Teilen von sehr Persönlichem. Und das Bedürfnis der Menschen zu teilen zeigt ja, wie einsam sie in der Regel sind um sich selbst. Und wie einsam sie in familiären Anhäufungen sind, in Gruppenzusammenkünften sind, im Fußballverein. Egal wo wir hinschauen, einsam sind und nicht wirklich jemandem vertrauen können. Das sollte uns zu denken geben, grundsätzlich. Ich nenne an dieser Stelle durchaus den Vorteil von Beichte. Beichte ist, der Priester ist im Amt verpflichtet, ich sage es mal so, eine Beichte abzunehmen oder jemand anders. Egal, es gibt es auch in anderen Spiritualitäten oder Religionen. Der Vorteil ist, ich kann das einfach sagen, ich entlaste mich. Und es kommt zu einem Ausgleich. Der wird mich nicht verpfeifen, der wird nicht zur Polizei gehen und all das. Sondern der teilt das eben mit mir, der nimmt es auf. Im Zweifelsfall eben als Beichtmutter, Beichtvater, die sie auch immer sind. Und bei dem ist es gut aufgehoben. Das ist durchaus ein großes Potenzial. Das Gleiche oder was ähnliches haben wir dann in der Psychotherapie und überhaupt auch in der Therapie. Ein anderes Beispiel von Gruppen oder persönlichen Bezügen, die das versuchen anders zu machen, sind die berühmten anonymen Gruppen. Der anonymen Gruppe und der Begriff anonymen Zeit, ich komme hin und sage meinen Vorname, den kann ich von mir aus auch faken. Das ist vollkommen egal. Ich muss nicht in dem Sinne mich offenbaren und sage, hallo, ich bin der und der und ich möchte dessen und das mitteilen. Dann kommt der Nächste und sagt, hallo, ich bin der und der und möchte dessen und das mitteilen. Dann kommt der Übernächste und so weiter und so weiter. Es gibt keine Ratschläge, keine Hinweise, sondern nur eine wechselseitige Entlastung in einer anonymen Gruppe, wo ich mich mitgeteilt habe, wenn sie einigermaßen gut funktioniert. Und dann gehen wir wieder auseinander. Wir trinken keinen Kaffee und wir gehen nicht ins Bett miteinander. Gott weiß was, wir sind anonym und begegnen uns auch anonym und sonst im Leben leben wir unser Leben. Bei all dem könnte man sich fragen, warum ist in der heutigen Zeit, das ich nenne es mal narzisstische Bedürfnis, so ausgeprägt, sich zur Schau zu stellen, sich immer wieder nackt zu machen, sich offenbaren oder sogar noch einen draufzusetzen und so tun, als ob man das wäre. Warum ist das so? Weil die Menschen sich nicht mehr selber trauen, weil sie sich nicht mehr wichtig genug sind oder zu wichtig, in dem Sinne des Narzissmus geworden sind, sich zur Schau zu stellen. Brauchen wir diese Performance, diese unheimlich hochgezogene Performance, um sich tatsächlich zur Schau zu stellen und damit einen Wert zu bekommen, einen inneren Wert zu bekommen? Und insofern ist tatsächlich vom Vorteil des persönlichen Tabus das Wichtige, etwas zusammen zu teilen, aber nur dann, wenn es wirklich möglich ist. Und das ist so eine große Kunst und das ist bitte letztendlich auch ein Vertrauen, das man dann in jemanden haben kann, es eben zu probieren und so einzuschätzen, dass man es eben auch tun kann. Aber nicht so wild, wie das zur Zeit auch immer wieder gerade in dem Space des Internets, in diesen medialen Turbulenzen, die wir alle miteinander erleben, geschieht. Und insofern zum Schluss hier ist das Wichtige ein verlässliches Zusammensein, ein Verlassen auf Instanzen, ich sage bewusst auch Instanzen. Das kann auch sehr außerhalb des Persönlichen sein, des persönlich direkt menschlichen Bezuges, verlässliche Instanzen, die ja eigentlich immer da sind, mit sich selber ausmachen, auch ganz wichtig. Oder eben dann aber wirklich im guten Sinne die verlässlichen Menschen, die tatsächlichen und nicht virtuellen Menschen, denen ich etwas mitteile und mit denen ich etwas ausmache. Das ist dann gesund. Und insofern ist es sehr wichtig und vorteilhaft, diese persönlichen Tabus zu haben und nicht eben alles Beliebige zu teilen, auch den Pratsch nicht zu teilen, um das nochmal zu sagen. Oder das Hörensagen oder das schlechte Sagen von jemandem, die Vorurteile und all diese Geschichten, die es so gibt. Wir schnappen heute tendenziell in der Welt etwas auf, weil die Welt ist voller Informationen. Jeden Tag sind wir voller Informationen, wenn wir tatsächlich an all diesen Informationen versuchen teilzunehmen. Und was wir tun, wir teilen es wiederum. Also wir werfen es wieder in die Welt hinein. Und so geht es dann eben fragmentarisch zu. Aber das persönliche Ruhen einer Sache oder einer Entwicklung damit in einem Selbst, das findet vielleicht zu wenig statt. Das ist so das, was ich hiermit ausdrücken wollte.